Hallo liebe Wiederfrau, lieber Wiedermann, hier ist die Inbal von Inbalsterror.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 1. bis 31. Mai aussehen wird. Beachte mit dem auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar, am Handy muss man ganz weit runter gehen, bis man zum Kommentarbereich kommt, da findest du den Link zu den häufigsten Fragen, dort werden alle Fragen beantwortet. Der Link zu deiner Jahreslegung ist dort aufgeführt, der Link zur Übersicht aller Tarot-Karten ist eingeführt, dort findest du auch diese Souls-Journey-Lesson-Cards, die sind dort auch aufgeführt, die setzen wir heute ein. Meine Social-Media-Accounts sind auch da und natürlich Infos zur Verlosung, bis Ende Mai gibt es eine persönliche Tarot-Session zu gewinnen. Wie du teilnehmen kannst, das erfährst du über diese Informationen unten, okay? Also, schauen wir mal. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und nicht vergessen, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Und eine Info noch an jene, die neu sind. Ich arbeite bei intuitiven Legungen immer zuerst mit inneren Messages und gehe dann zu den Karten über. So, starten wir mal. Ich will bitte ein Bild zum Liebesleben von wieder im Mai 2020. Bitte, worauf läuft es hinaus? Gib mir einen Moment wieder. Ich sehe Murmeln auf einem Tisch, auf einem Holztisch. Murmeln in verschiedenen Größen und natürlich das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist Gopf, die werden runterfallen. Es war ein Holztisch, ähnlich wie dieser Tisch hier. Und die Murmeln waren da und haben sich bewegt. Und das Interessante ist, die Murmeln, die gingen an den Rand und sind da so abgebogen und sind da so weitergerollt. Und dann dort wieder abgebogen und runtergerollt. Es war so, wie wenn hier eine unsichtbare Begrenzung wäre, hier am Tisch überall. Und, ein Moment. Okay. Wieder mach dich darauf gefasst, dass du im Mai sehr vieles am Laufen haben wirst in deinem Leben. Da wird einiges in deinem Leben laufen und zwar in verschiedenen Bereichen in deinem Leben. Und du wirst dich nicht ablenken lassen. Murmeln, das sind handfeste Dinge. Das erinnert mich auch an Münzen und man will diese Münzen, das Leben, die Lebensumstände, der Job, die Projekte, die Verantwortung in der Familie, die Gesundheit, die Ernährung etc. Das Aussehen, das will man in eine bestimmte Richtung lenken, auf eine bestimmte Art und Weise verändern und dann stabilisieren. Und es darf dann keine Murmel vom Tisch fallen. Deswegen diese unsichtbare Abgrenzung am Tisch. Du wirst dich nicht ablenken lassen wollen. Sprich, wieder, wenn irgendjemand an dir interessiert ist im Mai, das geht jetzt an Herzensdaben, Herzensmänner. Interessierte müssen im Mai darauf gefasst sein, dass wieder desinteressiert wirken könnte. Das hat damit zu tun, dass die Murmeln nicht vom Tisch fallen dürfen. Man muss sich auf den Tisch konzentrieren und darf nicht über den Rand hinaus schauen im Mai. Sehr oft deine eigene, auf dein eigenes Leben konzentriert wieder. Du bist sehr auf dich selbst fokussiert im Mai. Du hast viele verschiedene Dinge, die du im Mai verändern möchtest, realisieren möchtest. Und dabei darf keine Murmel vom Tisch fallen. Ich höre das die ganze Zeit. Keine Murmel darf vom Tisch fallen. Weißt du was? Was würde passieren, wenn eine Murmel runterfallen würde? Was wäre, wenn wieder jetzt eine Murmel runterfallen lassen würde? Was wäre dann? Und dann? Gib mir einen Moment wieder. Ich führe gerade ein Meeting. Und dann? Was wäre dann? Okay, und wieso wäre das schlimm? Okay. Die Sache ist die, wenn jetzt eine Murmel runterfallen würde vom Tisch wieder, dann hättest du tatsächlich weniger Stress. Weil du so viele Dinge aufs Mal zu tun hast. Und ich meinte, ich fragte dann eben, ja aber, oder was wäre denn, wenn jetzt wieder eine Murmel fallen lässt, sich ein bisschen auf die Liebe noch konzentriert und etwas fallen lässt? Dann meinte die Stimme so, dass du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du dann im Nachhinein zurückblicken wirst. Das wird so ein Wendepunkt in deinem Leben sein. Und wenn dann da eine Sache nicht stimmt, dann wirst du es später bereuen. Unabhängig davon, wie glücklich du in der Liebe sein wirst. Du wirst dir dann denken, ach, hätte ich doch damals, als ich da in dieser Phase war, mich auch auf das eine Ding da, diese eine Murmel, die mir vom Tisch gefallen ist, auch konzentriert. Also es scheint wirklich sehr, sehr wichtig zu sein, was auch immer du da am Laufen haben wirst im Mai. Nicht vergessen, das sind Zukunftsvorhersagen. Wenn du jetzt sagst, nö, ich bin total gechillt, ich bin total gechillt, da läuft nichts bei mir, dann warte ab. Dann warte ab, okay? Die Legung am besten auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals anschauen, dann wird es wieder resonieren. Glück, also Happiness, das nicht, also Happiness ist eher so das fröhlich sein, das glücklich sein, glücklich sein. Ich habe hier eine Blume, sieht aus wie eine Rose, ein bisschen wie eine Rose im Wasser, ja, nur der obere Teil schaut daraus. Glücklich sein. Mir ist bewusst, dass glücklich sein bedeutet, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich nicke gerade energetisch. Das stimmt so ziemlich mit dem, was mir vorher mitgeteilt wurde. Glücklich sein bedeutet, auf dem richtigen Weg zu sein. Und das ist genau dein Credo, dein Mantra im Mai. Ich muss schauen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich muss schauen, dass diese Dinge da, die ich als mein Weg definiert habe, dass die laufen. Nur so bin ich glücklich, wenn ich jetzt gewisse Dinge da von meinem eben richtigen Weg da ignoriere und stattdessen die Liebe bevorzuge. Und dann in dieser Liebe ach so glücklich werde, dann werde ich trotzdem unglücklich sein. Etwaige Glücksmomente in meinem Leben spielen keine Rolle, wenn ich diese Dinge da, die ich im Mai am Laufen habe, wenn ich diese nicht kompletiert habe, wenn ich die nicht im Blick habe. Es kommt mir hier auch direkt etwas anderes in den Sinn wieder. Es kann natürlich auch sein, dass du dich bei Liebesfragen enorm auf diese Murmeln konzentrieren wirst. Also all diese Dinge, die du da für dich definiert hast, das, 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 das muss stimmen. Dass du dafür sorgst, dass keins dieser Murmeln vom Tisch fällt. Und auch wenn da jemand mit einer Rose auf dich zukommt, mit einem Kelch auf dich zukommt, sagst du, nein, stopp, lenkt mich nicht ab. Hier ist eine unsichtbare Barriere. Diese Murmeln, die müssen stimmen, diese Münzen. Und dann kommt hier jemand mit einem Stab, sexy Maxi, da sagst du, nein, stopp, interessiert mich nicht, dass hier so viel Leidenschaft zwischen uns ist. Für mich müssen die Münzen stimmen, die Murmeln stimmen. Okay, schauen wir doch mal, schauen wir doch mal. Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von wieder im Mai 2020, bitte. Kraft mit der Herrscherin. Ja, das ist eine Neudefinition des Ichs. Eine stärkere Version von wieder. Wieder 2.0. Du definierst deine Wünsche neu. Du definierst dein Glück neu. Dein Zehn der Kelche sieht mittlerweile anders aus wie bisher. Jo. Jo. Der Herrscher. Ja. Okay, eigentlich ist die Gleichung ganz einfach. Wir haben hier die neue Definition deines Ichs. Eine neue Wiederfrau, ein neuer Wiedermann. Auf der Kraftkarte haben wir die Herrscherin liegen. Die Herrscherin ist die Königin aller Königine. Und du sagst, ich bin jetzt neuerdings die Herrscherin. Und ich will hier jemanden, das ist deine Karte wieder, hier als Herrscher sagst du, ich will jemanden, der mir alle Bedürfnisse erfüllen kann. All diese neuen Bedürfnisse, die ich definiere für die Wunscherfüllung, muss mir mein Gegenüber definieren. Ansonsten keine Bewegung von meiner Seite. Das ist so das Abwehren des Glücks hier. Meine Definition von Liebe, meine Definition von Zehn der Kelche, die verteidige ich. Entweder passt's oder ich lasse niemanden rein. Das passt zu deiner Jahreslegung, dort ging es um Keuschheitsgelübde, gell? Wo du sagst, entweder wird mir alles erfüllt, all das, was ich für mich definiere, oder Keuschheitsgürtel ist abgeschlossen. Tier der Münzen. Gerechtigkeit. Okay, Cowboy. Okay, Cowboy. Schau. Da ist jemand, der ein Geheimnis vor dir hat. Diese Frau, dieser Mann, hat dir nicht verraten, wie sehr sie sich eine zweite Chance mit dir wünschen. Gerechtigkeit. Dieser Mensch liebt dich über alles wieder. Und dieser Mensch kommt hier, von hier, mit einer Rose auf dich zu. Und du sagst, weg da. Weg da. Diesen zehnten Kelch kannst du mir nur geben, wenn du mir meine Bedürfnisse erfüllst. Ich habe da neue Kriterien. Ich habe da genaue Vorstellungen. Und diese müssen erfüllt sein. Das sind Münzen. Das sind Münzen, die du neu definiert hast. Dieser Mensch wird niemals eine Chance bei dir haben, wenn sie hier mit ganz viel Liebe kommen und sich in Bezug auf Zeit, Geld, Verantwortung, Versprechen, Treue etc. 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 zurückhalten. Keine Chance. Keine Chance. Eher zuerst König der Münzen und dann erst König der Kelche. Du wirst hier aber mindestens eine Herrscherin erwarten wieder, weil du bist als Herrscher hier und der Herrscher ist der König aller Könige. Und hier bist du als Herrscherin drauf. Also da müsste eigentlich auf der Gegenseite auch das ganze Paket da sein. Glücklich sein. Ich bin mir bewusst, dass der Weg zum Glück bedeutet, dass ich auf dem richtigen Weg sein muss. Wenn ich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich hier meine Vorstellungen verteidige, wenn ich weiß, was richtig für mich ist und das, was falsch für mich ist, abweise. Ganz egal, wie verlockend die Gefühlsduseleien da sind, dann weiß ich, dass ich irgendwann glücklich werde. Das sind sogar Delfine. Das hat ausgesehen wie Rosen. Das sind ja Delfine. Gott, wieso sagt ihr mir das nicht? Das sind Algen, Delfine. Geht mal googeln, wie Delfine sich verhalten. Vielleicht gibt euch das ein bisschen Aufschluss, okay? Ich sehe hier vor allem Delfine, die den Abfluss runtergespült werden. Seht ihr das? Es ist so, wie wenn du deine alte Definition von Glück, deine alte Definition vom Glücklichsein, vom Lächeln, was bringt mich zum Lächeln, runterspülen lässt. Knallhart. Und ich meine, Leute, das könnte auch ein WC sein, eine Toilette sein, wo dieser Herrscher drauf sitzt. Und sie sitzen hier auch auf irgendwas. Hier wird auf beiden Seiten die alte Definition von Liebe, von Glück, von Freude runtergespült. Beide sitzen da auf verschiedenen Toiletten. Ja, sorry, ich sehe es. Und wenn ich es sehe, dann muss ich sagen. Wieder, ich glaube, dass ihr zwei eigentlich schon der gleichen Meinung seid. Aber ich glaube, dass hier die Kommunikation total kaputt ist. Und du deswegen gar nichts darüber weißt, was sie jetzt neu wollen. Und sie wissen nicht, was du jetzt neu willst. Ich glaube, da hat man es hier an der Kommunikation. Okay? Ich werde jetzt hier mit dem Hexentarot zwei weitere Reihen ziehen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Außerdem werde ich da, wo ich Action sehe, eine Zeitkarte ziehen. Dann wissen wir, wann das ungefähr sein wird. Und diese Karten hier wieder werde ich fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.